Hier ist der Detlef vom Wake News Radio, Wake News TV. Hier eine Presseveröffentlichung durch die Piratenpartei und die IG Musik hier in Lörrach. Hier heißt es, die GEMA, die 1903 mit dem Ziel angetreten ist, für mehr Gerechtigkeit im Kulturbetrieb zu sorgen, hat sich heute zu einem von einer kleinen Elite gesteuerten Instrument entwickelt, das den deutschen Musikmarkt kontrolliert. Diese Kontrollelite, die sich lediglich aus ca. 3200 hochkarätigen Künstlern von insgesamt rund 64.000 Mitgliedern unterschiedlichster Bekanntheitsgrade zusammensetzt, scheint mit ihrer Sichtweise nie über den eigenen Kontoauszug hinauszugehen. Tatsächlich hat die GEMA mit enormer Zielstrebigkeit ihr ursprüngliches Gründungsideal ins Gegenteil verkehrt. Als heutiges GEMA-Mitglied bekommt der Künstler erst einmal gar nichts, sondern zahlt kräftig drauf. Von jeder CD oder jedem Download gehen dabei 14,7% an die GEMA. Verlierer dabei sind Künstler wie die Käufer gleichermaßen. Bietet ein Künstler mit Mitgliedschaft in der GEMA seine eigenen Werke, z.B. über das Internet zum kostenlosen Download an, muss er mit einer Nachforderung der GEMA rechnen. Wobei sich die Gebühren bei den großen Labels nach der Anzahl der verkauften CDs richten. Hingegen werden die kleinen Labels für jede einzeln hergestellte Kopie herangezogen. Dies erscheint im höchsten Maße ungerecht. Mittlerweile stellt sich die Situation so dar, dass die GEMA ihre Position nicht nutzt, um eine Deeskalation in der festgefahrenen Diskussion um das Urheberrecht zu erreichen, sondern sie nutzt ihre Möglichkeiten, um weiter zu provozieren. Abgesehen von den nicht zu übersehenden Ungerechtigkeiten in ihrer Geschäftsstruktur versucht die GEMA das Verwenden, Modifizieren und das Weitergeben von Werken, welche für die weltweite Gesellschaft gemacht wurden, permanent zu behindern. Derart werden die Künstler nicht nur in ihrer Entwicklung behindert, sondern auch die heutige Generation kriminalisiert. Derzeit will die GEMA die Tarife für kulturelle Veranstaltungen verändern und spricht ihrerseits von einer Vereinfachung der Tarifstruktur. Was die GEMA unter dem Gesichtspunkt Vereinfachung kommuniziert, bedeutet für viele Clubs, Künstler und andere Veranstalter in erster Linie extreme Gebührenerhöhungen, so dass es für sie schier nicht mehr möglich sein wird, unter diesen schlechten Voraussetzungen weiter zu existieren. Bundesweit werden beliebte kulturelle Veranstaltungen wegbrechen und neue werden erst gar keine Chance haben, sich zu platzieren. Uns allen wird in naher Zukunft eine immer unattraktivere und überteuerte Kulturlandschaft geboten und macht letztendlich auch für den Tourismus den Standort Deutschland als Urlaubsziel uninteressanter. Die GEMA verkauft ihre neue Tarifstruktur als einfacher und erzählt, dass die neue Tarifstruktur zu deutlichen Vergünstigungen führe. Sie verschweigt aber, dass die Vergünstigungen lediglich einige wenige Veranstaltungen mit Eintrittsgeld zwischen 2 und 8 Euro betreffen. Für die meisten Musiknutzer bringt die Tarifstruktur hingegen Erhöhungen von mehreren hundert bis zu über tausend Prozent mit sich. Beispielsrechnung Bei durchschnittlich 10 Veranstaltungen pro Monat in einer mittelgroßen Diskothek mit zwei Dancefloors von zum Beispiel 410 und 310 Quadratmetern beim Eintrittsgeld von 8 Euro erhöhen sich die GEMA-Gebühren inklusive aller Zuschläge von 21.553 Euro netto pro Jahr auf 147.916 Euro netto pro Jahr Das bedeutet einen Anstieg von 686 Prozent Weitere Tarifänderungen führen zum Wegfall von Nachlässen zum Beispiel Jahrespauschalvertrag sowie zu weiteren Zuschlägen So erhöhen sich die oben genannten Veranstaltungen um weitere 50 Prozent wenn Musik länger als fünf Stunden gespielt wird Die GEMA-Gebühren für eine Abendveranstaltung mit Musik die um 19.30 Uhr beginnt würden sich dann ab 0.30 Uhr nochmals deutlich verteuern Diskotheken deren Veranstaltungen in der Regel von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens laufen sind besonders betroffen Ihnen drohen Erhöhungen von durchschnittlich 400 Prozent 6 Euro Eintritt bei 200 Quadratmeter Fläche bis zu 1400 Prozent bei 15 Euro Eintritt und 500 Quadratmeter Flächen Unter solchen Bedingungen können viele Clubs und andere Veranstalter dicht machen Ende des Zitats aus der Presseveröffentlichung Wegnews-Radio für alle die aufwachen wollen Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt Jeden Dienstag kommt sonst da von 16.00 Uhr in der europäische Zeit hereinhören mehr unter www.wetnews.net D.M. D.M. Vielen Dank.